meine freunde was geht ab herzlich willkommen hier auf meinem kanal ich bin thomas und wir öffnen wieder schöne packs heute 40 stück seht ihr ja im hintergrund das team auf die hier und da ist die toddy elf meine freunde irgendwas von denen wollen wir ziehen wir ziehen nicht alle 40 packs weg aber 30 stück werden auf jeden fall ziehen ins wehe lassen wir uns noch für die anderen tage es ist ja alles raus ja und die kroppe heute krachten also ich habe hier auch wieder ganz verschiedene packs 81 82 81 81 davon hat natürlich ganz viele 84 83 drei seltener die ganz normal sind auch noch bei die stromprofis mittelfeld ist noch bei aber da kommt ein bisschen was da kommt ein bisschen was meine freunde drücken auf jeden fall die daumen schreibt mir unbedingt in die kommentare wenn ihr schon toddy hatte bei einigen kommentaren habe ich schon gelesen dass sie schon ein paar toddy gezogen habe ich war noch nicht in der glücklichkeit kann man ja sagen dass ich schon ihn gezogen habe obwohl ich jetzt eigentlich schon 100 packs aufgemacht habe aber wie gesagt es ist und bleibt ein kleines glücksspiel let's go wir gehen rein meine freunde und gucken mal was hier so passiert das war nischt weg damit wollte ja auch nicht zu lang machen oder ich bin schon gespannt wenn wir auch wieder ein paar geile duplikate ziehen dass man wieder irgendwas machen müssen hier und der pc werden wir wieder machen pack nummer zwei war den walk out ne war kein walkout oder ich drück mal weg ne war kein walkout war keiner heute müssen ein bisschen drauf aufpassen ob es wirklich ein walkout ist oder nicht aber eigentlich interessiert es mir nur ob es blau wird oder nicht oder es war gar nicht umgepasst daco können wir wegdrücken oder daco oder ja gut 83 daco bis jetzt der stärkste noch nicht mal ein 84 gezogen hier warum denn eigentlich nicht ich brauchte ein paar 83 und 84 auch wieder nix wer wartet er jetzt 85 okay saliba wie haben wir denn von den 1 8 hier noch oh ja gleich 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 ist es so weiter kommt das erste geile pack 84 mal fünf meine freunde da freut mich drauf also ich tippe mal jetzt in den 81 wird jetzt nicht irgendwas drin sein irgendwas besonderes also gut dass ich schon mal jetzt die scheu gezogen hat mit 85 kann man natürlich geil wieder für die spc brauchen für irgendeine und jetzt konnte man wieder überhaupt ja nicht erkennen ob mit dem walkout ist oder nicht jetzt muss man einfach mal laufen lassen ich tippe mal auf nein die rallye doch tatsächlich 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 erster walkout meine freunde der walkout im fünften pack würde ich jetzt zusammen fünften pack hätte geht es auch geil ist okay let's go ist da ward oder ward nicht ne 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 das soll er blau werden darauf gibt mir einfach was blau oder was schönes weiße silbern leuchten das wäre natürlich auch nice oh gott jetzt war eigentlich eindeutig zu erkennen eigentlich ist das eigentlich der langsamste typ den man überhaupt im spiel ziehen kann ich muss irgendwann mal nachgucken ob es noch irgendein spieler hebt der noch langsamer ist als 49 tempo also einer der auch in den höherklassen liegen spielen wir springen jetzt hier nicht über bronze spieler oder so irgendein gold spieler der jetzt hier irgendwie bloß 40 tempo hat ich denke mal matz hummels mit seine 53 oder 55 war da der kommt da schon fast ran aber so langsam ist doch matz hummels ja nicht der ist schon ein bisschen älter ja und ist auch relativ langsam aber so langsam ist ja auch nicht so was kriegen wir jetzt schönes hier von kopp geknallt rechter verteidigung tottenhelm wir zielen pedro porro so zehn packs fast rum oder würde ich sagen machen wir mal noch nicht auf leuchten lasst auf jeden fall gleich ein däumchen nach oben da würde ich mich sehr drüber freuen und wenn ihr gerne den kanal abonnieren wollt könnt ihr das auch gerne tun vielen dank für eure unterstützung sagt natürlich gleich mal im voraus hier so zehn packs um wir haben nichts gezogen aber dafür kommt jetzt in 84 mal fünf meine freunde und jetzt lass krachen hier lass krachen nee nee ödegard ziehen wir ziehen einfach mal wieder ödegard weil wieder ödegard gezogen boah ist das ein schlechter pick alles nur 84 mal 5 und dann kommt so weit bei raus und ödegard ist ja eins hier los let's go jetzt hier come on ja das war wieder nischt röberg christensen ok 84 mal 5 zweite was soll ich sagen genau so ein pack alter was ist denn das haben die die wahrscheinlichkeit von den packs runtergenommen ich glaube ja oder 18 mal 10 kommen wir und jetzt ja walkout haben wir die licht haben wir walkout morgen auch okay ja ist okay ja ist okay hätte ich eher so ein bisschen schlechter aber die vorne die jen so die drei nächste 83 mal 10 let's go oder kein double walkout können wir gleich wegdrücken warum nicht was sind denn das für kack packs alter ich kriege hier schon wieder ein has alter ich weiß schon genau wieder was passiert in der weekend league wenn ich nachher anfange regt mich total auf mal 83 mal 10 lassen wir uns drei seltener gold profis machen wir mit dem weiter vielleicht haben wir die kleinen packs ein bisschen mehr glück die großen packs waren jetzt ein totaler schrott oder er wird ja richtig enttäuscht schon dann machen wir halt die kleine ruf dann ist es so auch nix man eh eine wir brauchen ja schon eine 83 84 ist ja okay trotzdem kann aber was bessere drin sein hat sie wirklich immer gleich wegdrücken hier okay das war ja mal ein angenehmer pack hier um gottes willen was er denn für ein schlechtes pack gewesen hier so strom profi pack meine freunde man jetzt los strom profi pack let's go auch nix auch nix rot damit kannst du fortfahren 84 ist okay aber ja klar wäre ok wenn jetzt nicht ständig duplikate werden oder bei seltener 81,1 man ich werde hier heute wieder völlig im stich gelassen meine fröne casimiro wenn wir glück haben nee doch 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 klar ja es ist okay das ist okay 85 abgeben was ich mir bekommen nehmen wir erstmal mit nehmen wir erstmal mit so noch mal wo wir sind bei dem mittelfeld profis angekommen let's go und stück die drei aber wie gesagt ich verzichte doch lieber in form sehr schön verzichte doch lieber offen rockout dann krieg lieber in dem gold pack meine freunde ich habe noch was geile vorbereitet durch eben gerade noch mal ganz schnell gemacht in der spc wenn du noch dran ist es ist natürlich geile lohnt sich dann natürlich noch mal jetzt hier schön und ich hoffe da kommt jetzt noch mal richtig was denn gleich kommt jetzt mal noch schnell auf und sieht dann super spieler oder schöner silberspieler hier nicht 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 wo sind hin 82 x 20 meine frühe das ist gerade eben nicht weggegangen oder weit hör auf kein walkout sie nur trip hier bei koffer da sind jetzt noch irgendwie drei vier fünfund acht der hinter damit sich das überhaupt lohnt musste dafür echten 85 abgeben alter scheiße ach du scheiße was sind denn das für schlechte packs alter machen weiter mit die mittelfeld profi pack ihnen auch wieder nix oder nicht jetzt nicht erkannt war es ist bloß 18 jedoch war und 86 jahre ist okay entschuldigung dass ich jetzt mich um ihn verschätzt habe aber mal in form wieder mit bei wir haben noch mal drei verteidigungs profi pack gemacht meine freunde für mich der team muss man bloß dafür abgeben nur unten in form und bekommen dafür licht leid was kackpack alter kaps schon vorher ist die handelt doch hundertprozentig runter gesetzt die prozentuale erfolgschance meine getze aber auch jetzt hier hier ein premier league upgrade so ein luschen pack hier und luschen pack und ziehen und ziehen kleinen worte und echt jetzt oder so luschen pack alter wirklich jetzt in die großen big packs das nur ströne ja vorhin hatte ich das ja auch in den kleine kack pack da wo drei spieler drin sind hatte casimiro drinnen echt jetzt ich mache hier nichts anderes mehr auf 13 packs noch meine freunde erst mal profi pack ziehen wir halt die luschen packs jetzt hier in einem fünfter pack haben wir noch mal hier ne let's go 14 seltener keine ahnung habe ich jetzt ja nicht wo wir achtet amarisch ok letzte pack meine freunde letzte pack 19 profi pack sechs seltener let's go auch nix auch nix meine freunde auch nix etwa nix wir haben auf jeden fall gesagt die restlichen zehn packs die immer uns noch auf für morgen übermorgen müssen wir mal gucken wie wir das dann machen und wie gesagt damit wir hier nicht den rahmen des videos springen und damit wir hier keine halbe stunde oder eine dreiviertel stunde dabei herauskommt weil so lange bleibt die china dran und guckt die videos aber das nächste video was rauskommt da spielen wir die weekend league mit unserem evolution team bis dahin machte gut